Willkommen beim YouTube-Kanal von ElTaco Electronics. Heute zeigen wir euch, wie einfach ihr mit den geeigneten Geräten euer Zuhause regulieren könnt. Zuerst zeigen wir euch, wie ihr mit einem Fensterkontakt und zwar dem FT-FKB und einem Jalousie-Aktor, dem TF61J, einen Aussperrschutz einrichten könnt. Der Lernmodus ist beim Anlegen der Spannung an den Jalousie-Aktor für zwei Minuten aktiv, kann aber auch mit einem eingelernten Taster wieder aktiviert werden. Das heißt, wir können nun den Fensterkontakt einlernen. Dafür lösen wir das Gerät viermal genauso aus, wie ich es vorgebe. Eins, zwei, drei, vier. Anhand dem Klicken haben wir nun erkannt, dass das Gerät eingelernt wurde. Nach dem Einlernen ist bei geöffneten Fenster bzw. geöffneter Türe ein Aussperrschutz eingerichtet, welcher zentral ab und GVS ab Befehle sperrt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Tippfunk-Videos sehen wollt, abonniert doch unseren Kanal.